Einen wunderschönen guten Morgen. Mikro steht ein bisschen weit weg. Sollen wir ändern? So. Ah, passt. Na, habt ihr alle gut geschlafen? Äh, ich, ja, ich war irgendwie ständig wach wie letzte Nacht schon, aber diese Nacht noch schlimmer. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich zu früh ins Bett gehe. Ich weiß es nicht. Ich war um 1, um 2, um 3, um 4, um 5. Und irgendwie 5.15 Uhr bin ich dann aufgestanden. Fit bin ich auf jeden Fall. Also irgendwie relativ erholt auch, trotz des ständigen Guckens und Fragens, wie spät es denn ist. Äh, es ist übrigens Mittwoch, der 9.10.2019, um 5.59 Uhr. Für mich gibt es gleich einen Eierkuchen mit Banane und Chokolade, also Nutella. Und dann gehe ich gestärkt ins Büro. Und dann gucken wir, was heute so passiert. Gestern habe ich wieder bis kurz vor 5 Uhr gemacht, fast bis 17 Uhr. Äh, das heißt, ich habe gestern so um die anderthalb Stunden Plus gemacht. Jetzt müsste ich eigentlich auch aus dem Minus raus sein. Nachdem ich ja letzten Freitag so einen Brückentag genommen habe. Oder, ja, doch, Überstundentag. Da war ich irgendwie zweieinhalb Stunden im Minus. Und jetzt musste ich die erstmal rausarbeiten. Und ab morgen sind es dann Plusstunden. Und nächste Woche nochmal ein paar Plusstunden. Und dann habe ich nächsten Freitag ja schon wieder frei. Da geht es ja nach Hannover und am Samstag dann in den Wald. Äh, ja, heute, was steht heute neben der Arbeit an? Ähm, 16 Uhr Feierabend machen. 16.30 bis 19 Uhr maximal. Vielleicht auch nur 18.30 mal gucken. Oder 18 Uhr. Äh, ein bisschen Witcher spielen. Witcher 2 weiter, äh, führen. Und dann heute Abend beim Buff im Stream, äh, mit, äh, Fiebern, wie er denn Folge 2 von The Wolf Among Us, was ist mit meiner Nase los? Äh, The Wolf Among Us, äh, ja, weiter spielt. Ich bin gespannt. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern, was in den einzelnen Episoden passiert ist. In der ersten ist ja jetzt Snow White, äh, ziemlich kopflos gewesen. Das war nicht so geil. Äh, es war ein ziemlich krasser Cliffhanger. Und wir gucken mal, wie es dann heute weitergeht. Jo, ansonsten, Michi ist nicht da. Der macht heute was an seinem Haus. Die haben sich irgendwie ein Haus zugelegt. Und müssen da jetzt richtig ordentlich ran klotzen und schuften, weil sie irgendwie im November, also in drei Wochen, dort einziehen wollen. Und da gibt es noch einiges zu tun. Ja. Ja. Jo, das ist es eigentlich von mir. Ich bin gestern, war ich frühe. Dann war ich zu Hause, halb sechs. Hab noch eine Stunde gearbeitet. Für drei Springer. Halb sieben hab ich mich dann hier vor den Rechner gesetzt und hab ein paar Streams geguckt. Ich glaub zu Spitzenzeiten vier Stück parallel. Äh, ja. Und dann bin ich, äh, irgendwann um neun, glaub ich, ins Bett. Ja. Zusammen mit Tobi. Also Tobi, also Tobi stream, der hat ja Musik gestreamt und dann hab ich noch ein bisschen aus dem Bett geguckt. Benni ist dann irgendwann auf Arbeit gefahren. Und ich bin dann irgendwann halb zehn, glaub ich, eingepennt oder sowas in dem Dreh. Okay, ja. Na gut. Dann habt alle einen wunderschönen Mittwoch. Ein schönes Bergfest, sagt man, glaub ich. Eine schöne Woche Mitte. Und, äh, ja. Wir hören uns, wenn ihr mögt. Oder ihr seht mich und hört mich, wenn ihr mögt, heute so gegen 16.30 Uhr. Auf meinem Twitch-Kanal und ansonsten morgen beim nächsten täglichen Vlog hier auf diesem YouTube-Kanal. Also bis dann. Auf Wiedersehen.